Ok, weiter geht's. Das ist Welt 4. Dann müssen wir jetzt hier erstmal den Wohlerik machen. Entferne er sich. Und wir haben das Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Um Gottes Willen. Ok, ich zücke den Stift. 1000 Touchscreen-Türen. Ok, welche Tür nehmen wir? Links. Das ist nichts. Rechts. Oh, ok. Überschaubare Schwierigkeitsgrad. Rätsel gelöst. Wollen wir jetzt mal. Kling, kling, kling. Da. Pilz raus holen. Pumadam. Tür auf. Tür auf. Lick, geh weiter. Warte, lass die Tabas. Oh, oh. Wurde attackiert. Okay. Halt ein bisschen. Hätte da ein... Ah, ne, du bist ja schon rot. Ja. Noch rot. Ich weiß auch nicht, warum wir da jetzt ein Pilz gekriegt haben. Geld. 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 Bei der Tür habe ich mit Geld gefunden. Ein Knopf. Und noch ein Knopf. Und ein Visa. War ein Eck. Sehr gut. Verwurzelt. Nein. Ein Knopf. Wollen wir drücken? Warte, kann ich mal nicht machen. Mein Knopf war besser. Ja, warte. Weiß man nicht. Bei mir gibt es nämlich eine Gumpa-Maske. Oh, da ist ja noch ein. Ich bin ein Gumpa. Keiner kennt mich. Woran auch? Auch mein dagegen. Ich hätte es noch ein großer Gumpa. So, mittel. Achso. Ah, natürlich. Das hat man doch gesehen. Ich nicht. Ich habe es wieder vergessen, dass ich welche Tasche mit mir habe. Ja, eine Tür. Und dahinter ist... Nichts. Ich kann nicht sagen. Ah, echt. Die greifen einen jetzt nicht an? Nein, die denken, wir gehören zu denen. Achso. Wir sehen ja genauso aus. Wir sind mal ein Bannig mehr Zeit. Wissen wir noch was? Ja, einfach nicht. Gut. Ich war auf. Hm. Es ist schon verrückt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gegen die Gegend laufen können. Nein, können wir nicht. Ah! Und dann ist auch noch die Mütze weg. Badaa! Okay. Ich habe gerade gedacht, da kommt ein Gumpa angerannt. Aber das warst du. Aber wie kommen wir da jetzt dran? Weiß ich nicht. Ich kann es natürlich einfach runterwürfen und den holen. Was ist das? Das ist ein Klotz. Oh! Oh, nein! Ich bin noch im Feuer gelandet. Okay, ich kann irgendwie fliegen. Vora! War! Biss. Biss. 卿, bwiała, bwivas, blala. Ich laterflarını. Vorgiss mich irgendwie. Ja, die fliegt ganz schön hoch, direkt. Wir haben davon Flutter. um seine eingesperrt wahrscheinlich zurecht aber da gehen wir noch nicht rein ich gucke jetzt mal doch ganz oben auf dem dach wenn ich jetzt drunter sind nicht eingeholt und wenn sie da unten sind so die probleme hier ist noch einer zwei du kannst dann damit einmal normal springen wenn du den bus nochmal springt dann natürlich wir haben so was ist meinte fahren das ziel nee dann gehen wir erst mal in den klotz oder da unten wo jetzt hier ein ziel reingehen oder das hier oben ist ein alternatives ziel wobei das hat und glaube ich in dem spiel ist noch gar nicht aber wir machen noch 100 sekunden er kommen wir gehen und wir gehen immerhin noch eben da rein ob da oben sagt so vielleicht gibt es hier den sternen ich bin doch einer von euch mich an sie aus hier noch nicht getroffen wir kommen die weiter ja ich wollte noch was haben hinter dem ist geld versteckt da ist auch noch geld wenn man geld ohne ende muss ich stehen das ist ja hier der eingefangene okay ja aber sehr gut wir sind nur noch da oben ach da kommen wahrscheinlich jetzt hier durch hin okay wir haben abgekürzt ich glaube ich schaffe ganz oben locker und ich bin schildkrütter und ich bin schildkrütter ein bisschen ein chinesisch bisschen aber lustig und ich habe auch kronio könig mark und seine gefolgschaft auch ob ich ein fieser hab ein stempel er hat ihn stempel von jährlich ja ist klar ja natürlich mit dir ich hatte ja mit dem propellerhut auch ja und mehr haben wir vergessen ja gut noch ins die frage ist halt nur wo könnte er sein noch mal du siehst ja verrückt aus was gab es hier den einen pilz heute kann es kam ja auch ein wenig vor aber du hast gesagt mir wäre da nicht gewesen ich habe dir mal geglaubt muss ein ding immer diesmal nur den wo könnte denn noch ein stempel sein stempel ein wo kannst du sein ich steig hier mal ab kurz dass wieder der frosch direkt gesehen ich habe auf die herum das ist bestimmt irgendwo draußen ich hätte man doch irgendwo anders hinfliegen können vielleicht über dem oder so von denen kann er gesehen ich bin jetzt erst mal wieder so flatter denken ich möchte sein links dann fangen wir nicht da drinnen stirbt man noch die dinge verschwinden da unten einfach und ich will noch ganz viel ab könnte sein ansonsten vielleicht irgendwo drinnen wo wir eben nur so durchgehechtet sind also rein fieses versteck anscheinend ja wenn ich mir fast sagen runterfallen können wir immer noch gucken wir mal ob irgendwie wenn man die alle kaputt machen oder so ob die was haben und ich will jetzt mal die er kann es auch mit einem boomerang hat auch gemerkt hoi hoi die ninjas das sind nämlich keine boomerangs das sind äh ninja sterne die hier zurückkommen ich bin ja hier eben überall so lange geflogen auch ne hätte man ja gesehen wenn da irgendwo oben was ist äh so randsprung mäßig naja hab ich ja eben auch was gewählt aber hab mir dann gedacht als ich hier eben mit dem propeller lang geflogen bin hätte ich ja dann gesehen vielleicht wenn man alle okay unter einem versteckt meine krone liegt da noch ja nehme ich mal lieber wieder mit ne hier kommen wir nur zu dem komischen auto rein ne der hatte sonst nichts ach toll ich hab da oben den boomerang geworfen hm ich fände mir jetzt nicht so ne hier hinten oh ich schmier ab ich schmier ab komm ich wieder ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Schuss bisher einzuümpfen. Ok, echt stürbbar. Links. Auch. Aber das gibt es auch gar nicht. Hm, wo haben wir was über sie? Von hier unten sieht man auch nichts, ne? Nee, die Putt machen? Nee, ne? Schätze. Nein, nicht irgendwo. Da. Na, sieht ja aus. Können wir da drauf machen? Hm, 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 hm. Da oben, dann ganz oben, wenn man mit den Pupillern... Aber ich war ja eben mit Pupillern auch oben, ne? Kann man da rein? Ja, guck, nee, guck. Ja, 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 guck. Ich werde ja hier jedenfalls hochgefogen. Er ist gerade irgendwie komisch geblinkt hier. Und zwar, glaube ich, kommt von dem... Von dem anderem Vieh, was er dagegen geschmissen hat. Hm. Oh, die Jumpe dagegen geht auch. Ja, dann machen wir da unten... Ne, fliegen. Ja, das ist ja eben gemacht worden, ne? Oder beim ersten Mal. Mhm. Ich lebe hier immer unter der Dicke rum. Wenn wir springen dann gedrückt, dann schwebt er so ein bisschen. Dann geht's nirgends höher. Hm. Ja, wie in China gibt's keinen Stempel. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo man noch suchen soll. Bestimmt wieder irgendwas völlig effes, was ich dann nicht will. Nee, finden wir schon. Nur gleich ist gerade nicht. Dann fangen wir jetzt schon wieder an, einzelne Interview nicht komplett zu machen. Ja, gut. Ja, wir machen das dann in einem gesonderten Gang nochmal. Ja, okay. Ganzconscious... Vielen Dank.